Da kann ich das mal gucken. Hey! Ist auch irgendwann Schuhe auch drauf? Ja, ja. Oh, da sind zwei. Mama! Ja, ja, ja. Guck mal, dann. Hopp, hopp! Schönste Mädchen, und da ist das schönste. Guck mal, wie sie sich gleich machen. Ja, 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 mein Schuhe. Hat's kaputt gekriegt. Du, äh, unter solchen Lichtverhältnissen trotzdem deinen Filmmacher? Ich filme dich gerade. Na, das kann man nicht vorstellen. Wir gucken ihn dann an. Nein, das glaube ich nicht, dass der... Ob er jetzt... Ist das bloß noch mit Ton, ha? Natürlich. Mit Ton? Ist das mit Ton? Wollt ihr vielleicht was anderes? Das ist so verstecken, dass das niemand finden muss. Wir auch. Aber dann kannst du es jetzt nicht mehr. Ich frage dich, wenn ich mal den Autocue... Was ist das denn? Das ist aber schön, also da ist ja mein Platz. Um besser schneller gehen. Viel Süße hat. Da wird also der Amaretto nur noch zusätzlich eine Süße dazu addieren. Die wären mir jetzt nicht recht. Aber mit diesem Rum, das ist ja hervorragend. Wir haben ihn nicht gesehen, den Osterhasi. Haben wir gedacht, vorne am Feldrand? Da haben wir nicht gesehen, den Osterhasi. Der Osterhasi. Ich glaube schon, dass er hier in den Wohngebieten rumhoppelt. Ja, ich denke schon. Komm her. Komm her. Ich will bleiben bleiben. Ich will bleiben bleiben. Ich will bleiben bleiben. Ich will bleiben bleiben. Aber das ist ja so die Schwur umgekehrt an. Das ist ja so groß für dich, der Schwurt. Hey, hey. Da musst du deine Schwester mitnehmen. Was ist denn das, Gucki? Ein Träger. Hey, hey. 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 So, dann hol mal deinen Traktor und fahr mal mit dem Anhänger. Vielleicht findest du da mal was, hm? Kannst du gleich reinpacken. Ja, ich muss mal noch... Patscher drücken, Mann. Kannst du mal da? 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 Hup! 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 Auch reinreden in die Medaille. Und ist das auch schreit? Hup! 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 Das ist zu verdammten passiert! Hup! 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 Lass 가자! Hup! 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 Das ist ja toll. Schau mal, schau mal, Juni, komm mal her. Schau doch mal, schau doch mal richtig, vielleicht siehst du noch mehr hier, guck doch mal. Guck mal, hier. Oh, das ist aber schön. Das ist hier gut. Hallo, es ist ein Neschle gewesen, ha? Ich habe es gefunden. Na und? Trotzdem, ich guck nach, steht ein S drauf. Der Anhänger ist viel zu klein. Schau mal, Juni, wir gucken mal, ob wir noch mehr finden. Komm, wir schauen mal. Da, da. Nein, das ist der Judik. Ui, ui. Ui, ha, 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 ha. Nein, die türkisblaue Häschen steht drauf. Wer kann lesen schon bei uns? So, 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 so Schauen wir, wie das aufgeht. Du kriegst zwei. Schwarz kriegt nur rot. Schwarz kriegen wir gemeinsam. Willst du gleich mitspielen? Kannst du dich mal halten kurz? Ja. Bitte, setz dich mal einen Moment zu der Judith. Nackig gemacht und dann geht's weiter hier. Bette, bisschen näher zu der Judith. Guck dir Mami mal an. Judith, nicht so schnuckig. Nein. Also dem Häschen hat sie das Fell ganz schnell abgezogen. Die Judith ist ganz vernarrt in Schokolade. Ich hab gedacht, ich seh nicht recht, weil das Fell schnell weg. Ja, aber wir machen dann eine... Da geht das Geschrei los. Und damals ist er ja zum Titicacasee gefahren. Ja. Da hat sich einige Indos engagiert, die sich im Papyrusboot baut. Sehr gut. Das Boot haben sie dort gebaut, meine ich. Oh, wie schwer. Der Korken, der aus der Flasche geflogen ist. Aus der Sektflasche. Oh. Bei mir. Also meine Gartenfläche. Wolltest du es mich noch verzerren? Ja. In die Breite? Richtig verzerren und... Kannst du nachher mal angucken, wie du ausschaust. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Du bist bereit? Jetzt. Jetzt? Ja, jetzt läuft sie ja weg. Judith, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Jäbel. Então hörst du das bop checking minster. Komm her? Komm her? Komm her. Komm her. Komm her? Komm her, Ella. Komm, ich kenne sie einfach nach bis. Komm her! Drei. ób zurück. Komm her. Komm her. Versich.»